Mein Name ist Retus Fischer. Ich hatte Ende der 70er Jahre die Gelegenheit, an der ETH eine Dissertation über biologischen Landbau zu machen. Ich habe 100 Biobauern und Bäuerinnen befragt zu ihrer Motivation, wie sie arbeiten und auch wie sie mit ihrem Betrieb wirtschaftlich zurechtkommen. Zu dieser Zeit war schon einiges in Bewegung in der Gesellschaft. Der Club of Rome hat über die Grenzen des Wachstums berichtet. Rachel Carson hat ihr Buch Silent Spring herausgegeben. Vielen Leuten wurde bewusst, dass so wie die Landwirtschaft betrieben wurde, dass wir an Grenzen stoßen. An der ETH waren diese Bestrebungen vielleicht noch nicht ganz angekommen. Professor Keller hat damals ein vielbeachtetes Papier veröffentlicht, in dem er beschrieben hat, wie der Biolandbau zwar gute Absichten hat, aber einfach nicht realistisch ist und auch nicht fundiert, dass er allgemein angewendet werden könnte. Das hat vielleicht auch dazu weigetragen, dass unter Studenten dann ein bisschen eine Gegenbewegung entstanden ist. Und wir haben intensiv diskutiert und versucht auch mit den Professoren diese alten, neuen Ideen zu besprechen. Einige der Professoren waren auch sehr bereit, auf solche Sachen einzugehen. Da war Professor Mathiele, da war Professor Delucchi und auch Professor Albert Hauser, bei dem ich die Dissertation machen konnte. Ich hatte bereits eine Semesterarbeit mit ihm gemacht und habe seinen Zugang zur Landwirtschaft sehr geschätzt, weil als Agrarsoziologe hat er eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, den Menschen mit seiner Beziehung zur Natur, zu den Tieren, zu den Pflanzen. Es haben sich einige Grundelemente herauskristallisiert aus all diesen Interviews. Einerseits die Beweggründe, warum die Bauern überhaupt biologisch arbeiten. Da gab es eigentlich zwei Grundkategorien. Die eine waren Bauern, die gar nie wirklich den Schritt zur nicht-biologischen Landwirtschaft gemacht hatten. Also zur Chemie, zu Kunstdünger und so weiter. Und die eigentlich fast natürlich in den Biolandbau reingewachsen sind. Dann war da die andere Gruppe, die die Chemisierung der Landwirtschaft in den 60er Jahren intensiv mitgemacht hat. Und auch an die Grenzen dieser Methoden kam. Viele haben berichtet über Gesundheitsprobleme. Einerseits persönlich in der Familie, die sie oft dem Gebrauch der Chemikalien zuschrieben. Andererseits auch Probleme im Stall mit der Tiergesundheit. Und auch im Pflanzenbau, dass zum Teil Misserfolge passiert sind. Damals war man auch noch nicht so kritisch mit Chemieanwendungen. Eine andere wichtige Gruppe von Bauern, die zum Biolandbau kam, war aus mehr philosophischen Gründen. Viele biodynamischen Bauern haben sich intensiv beschäftigt mit Rudolf Steiner und seinen Lehren, die weit über die Landwirtschaft hinausgehen. Eine große Gruppe der Bauern waren Anhänger von Dr. Müller, der ja eigentlich auch eine starke politische Präsenz gehabt hat. Und der Biolandbau eigentlich eher sekundär Teil der Bewegung geworden ist. Und dann gab es natürlich alle möglichen Individuen, die aus verschiedensten Gründen weltanschaulichen, religiösen oder was immer für Gründen zum Biolandbau gekommen sind. Da waren die Leute, die alternative Lebensformen gesucht haben und für die eigentlich der biologische Landbau ein selbstverständlicher Teil ihrer Einstellung war. Ich glaube, dass all die verschiedenen Ausrichtungen im biologischen Landbau eigentlich jeder ihren Teil beigetragen hat zum Ganzen. Ich möchte auch die Rolle der Bauernfrauen besonders erwähnen, weil sehr oft haben die Frauen im Bauerngarten zuerst biologisch gearbeitet. Und nach und nach haben dann auch die Männer realisiert, dass diese Methoden funktionieren und sie auch im größten Stil angewendet werden könnten. Zu jeder Zeit waren wirtschaftliche Überlegungen selten der Ausgangspunkt für Biolandbau. Die meisten befragten Bauern haben berichtet, dass ihr Arbeitsaufwand eindeutig größer ist als in der konventionellen Landwirtschaft. Andererseits war ihr Aufwand an Chemikalien, Pestiziden usw. wesentlich kleiner und oft wurde auch berichtet, dass sie im Stall wesentlich weniger Gesundheitsprobleme hatten, dass die Kühe besser fruchtbar sind usw. und dass eigentlich dadurch ihre wirtschaftliche Situation schlussendlich genauso gut war wie die von konventionellen Bauern. Von wissenschaftlicher Seite her haben damals die Bio-Bauern eigentlich nicht viel Information erhalten. Aber untereinander und innerhalb ihrer Organisationen haben sie intensiven Austausch gepflegt, haben sich gegenseitig besucht, haben Kurse gemacht usw. Es geht ja nicht nur um eine technische Anwendung, sondern um die ganze Haltung der Natur gegenüber. Das haben die Bio-Bauern sehr oft betont, dass die persönliche Verbindung zur Natur entscheidend ist. Dass es nicht nur darum geht, um technisches Wissen zu haben, sondern persönlich das Gefühl und den Respekt für die Natur zu entwickeln. Und dass eigentlich diese große Aufmerksamkeit und Beobachtungsgabe das Zentrum ihrer Arbeit ist. Die meisten Bauern haben ihre große Freude an ihrer Arbeit ausgedrückt. Dass sie sich als Pioniere gesehen haben und anders als die meisten anderen Bauern, hat vielen eine große Genugtuung gegeben. Weil sie das Gefühl haben, sie kreieren etwas. Sie schaffen etwas Neues, das nicht einfach vom Landwirtschaftsdepartement gepredigt wird. Dadurch, dass ich das Thema Bio-Landbau vom soziologischen Standpunkt her und nicht vom naturwissenschaftlichen Standpunkt her angegangen bin, war sie auch nicht so den damals üblichen Argumenten gegen den Bio-Landbau ausgesetzt. Ich konnte ja einfach zeigen, das ist das, was die Bauern machen. Das ist, was für sie funktioniert. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist, was für sie funktioniert. Und das kann man nicht wegschrauben. Untertitelung des ZDF, 2020